hallo und herzlich willkommen zurück hier bei borderlands 2 wunderschönen guten tag auch von mir an dieser stelle wunderbar wir müssen unserem kleinen roboter folgen der sich da vorne befindet ach so das war gar kein geld ich nehme an wir müssen hier runter du ich bin mir ziemlich sicher sieht ein bisschen nach starlight express aus schuldigung aber gott jetzt kann ich dieses spiel nie wieder normal betrachten ich glaube sein hässlicher bruder treibt sich hier zu fuß rum ja ne doch ja halt er kommt jetzt halt zu fuß angelaufen darum ging es mir wo ist er denn ach da vorne ach ich sehe nichts man das ist normal heiliger schweiß er brennt boah krass normal so der bruder ist fast down hast du eine granate äh zwei dann schmeißt ihn mal auf den typen ja hat geklappt er lebt aber immer noch aber nicht mehr lange stirb du penner er ist tot moment doch nicht ganz tot granate doch nicht ganz tot guck mal ob du hier irgendwas findest granaten und so wenn ja nimm was mit das kann nicht schaden oh ich hab unten links einen skillpunkt oh ich auch ja wollen wir den mal schnell verteilen äh ne ich glaub das pausiert nicht das spiel oder nicht ne 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 scheiße oder doch ne 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 tut's nicht ok dann lass schnell töten ah ich komm nicht mehr raus verdammt du scheiße ich muss auf irgendwas klicken ich hab keine ahnung was es war kommst du nah genug ran um den typen aus seinem panzer zu schießen da vorne ich bin die ganze zeit schon dabei ihn anzuschießen ja ich geh mal gerade wagemutig dran weil ich hab nur ne pistole ich muss näher ran oh gott der dreht sich zu mir der hat voll mich im fokus also geh ran und schieß ihn tot ja der hält ziemlich viel aus wenn ich weiß aber er schießt grad nicht auf dich darum geht's mir ja ja ist richtig aber ich hab auch noch andere die mir hier ja ja ich weiß ich auch ich versuche gerade ranzukommen irgendwie oh gott ok da ist einer ich komm hier gerade überhaupt nicht hoch ah ich steh genau vor ihm ich bin so ein trottel mhm da hast du recht kann man hier nicht irgendwo hoch verdammte kacke wahrscheinlich nicht ich steh hinter ihm ich töte ihn von hinten oh jetzt kommt er zu mir glaub ich oder ah ich hab noch granaten wenn du granaten hast noch wirf mhm aber sie auf ihn ich hab nämlich nichts mehr jetzt hab ich wieder was wo ist der denn ach da der ist rausge- ach so ist der rausgesprungen ich dachte grad schon wo ist der denn hin oh gott ich seh ihn boah der ist aber schnell der Arsch ja egal ich hab gar keine munition mehr jetzt dann nimm kisten mit such welche jetzt muss ich das gibt's doch nicht das ist nicht gut ach da war hinten noch einer das ist nicht gut mein Freund ja das klappt dann das klappt schon ich hoffe es es ist er hat geklappt es ist ich bin so wo ist er denn ah fliegt er hier rum oder was ist er ekelhaft ja der fliegt die ganze Zeit und macht so bla und bumm und boah blau und bumm blau und bumm wenn er fliegt er mich denn nicht ja ich auch nicht was er nie wird ah scheiße der Star fuck it was war das denn hat sich getötet ja das hab ich auch gemerkt warum fragst du dann hört mich ist dir nicht noch einer ich hab ne Granate wo bist du bist du bist du hier wo ist der Typ ich kann nicht wiederbeleben geil ich guck halt mir die Typen vom Leib ja ich seh doch nichts ich seh nur noch schwarz mehr oder weniger Anders bist du ja da ist er solange er da steht kann ich dich nicht kann ich dich nicht wiederbeleben ist gestorben ja aber ich bin gleich wieder da ja ich hoffe oder ich weiß nicht ob ich da reinkomme jetzt ich guck mal ob ich die Messer kann ne kann ich nicht ich hab hier ne Granate ja der Zerzupf bin ich jawoll die hat getroffen nice ich glaub jetzt kommen hier keine neuen Gegner doch laufen zwei hinter mir her ja aber nicht bei mir ach so ja das gibt's ja praktisch dass jetzt der ganze Part Bosskampf ist ah ja das schön ist ich hab wieder volle Muni ok nice Granaten noch nein gar nicht scheiße ich geh wieder näher ran boah ich muss mehr Shooter lernen ey ey mehr Shooter spielen kann nicht schaden Shooter sind toll nicht wenn du sie nicht kannst ich steh genau vor ihm und schieß ihm ins Gesicht also von daher ah der ist gleich tot der ist gleich tot keine Munition mehr mach was hab ihn nice warte lass die Items erstmal liegen kurz falls er welche geschmissen hat hat er ganz viele aber ich muss erstmal die ja lass gleich erstmal gucken was der hier hat und ach jetzt kommt schon ach mach sie denn schon wieder der musst du nachladen der sagt ihm der brauchst du lange so was haben wir denn hier wir haben hier wow warte mal sammel du mal auf ich mach hier ein bisschen ne ne mach du mal nimm mit ich hoffe das wird nicht was da liegt deswegen was da liegt ein Granatenpack das kannst du mitnehmen boah nein nimm du ich hab alles alles was ich brauch ich kann aber ja voll dann verkaufst du hier was wo kann man den verkaufen ah ne nicht hier beim Shop wird irgendwo bestimmt einen geben oder schmeiß was aus dem Inventar oh hier gibt's neue Schilde den will ich ist das ein Shop? ne 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 Toilette ist doch ein und dasselbe ne ja weiß ich nicht dann schmeiß jetzt einfach irgendwas lustiges raus kannst du im Inventar einfach rechts klicken und wegwerfen drücken dann ist es fort äh fallen lassen ja genau ach und den Skillpoint können wir noch vergeben denk dran stimmt das machen wir dann noch in diesem Part oder? ja sicher dürfte das eh passen ja ja ich kann mit diesem scheiß Menü nicht klar ich ergeb mal meinen Skillpunkt jetzt schon ach Action Skill drücke F um einen holographischen Köder zu erschaffen und für ein paar Sekunden unsichtbar zu werden nice je länger du unsichtbar bist desto mehr Schaden verursacht deine nächste Attacke beendest du die Unsichtbarkeit früher erhält sich deine erhöht sich deine nächste Täuschungsabklingzeit schneller geil ja den ersten Skillpunkt einzusetzen ist einfach da kannst du nur eine Sache wählen so praktisch das kriegst auch du hin echt? ja wär mir da nicht so sicher Sven ich glaub an dich ja Claptrap sei ruhig wir müssen aber eh noch zum nächsten Speicherpunkt spielen das ist richtig ja so ich schmeiß wie du einfach die Waffen durch die Gegend schmeißt ach keine Ahnung ah ein Vogel treffe ich den? ha getroffen boah ich bin so geil mhm so dann gebe ich jetzt mal hier Tab und dann mache ich jetzt hier mal Skillpoints ja wir kriegen Besuch by the way ne achso den kann man tatsächlich nur an eine Sache vorgehen ja äh angenommen und drücke F um eine zweite Waffe zu ziehen und die Popo tanzen zu lassen beim was Gunzer äh was auch immer erhältst du sofort 50% Gesundheit ja guck mal 50% Gesundheit kann für dich nicht schaden richtig ja das sind Fliegeviecher wenn du einen davon anhältst kommt direkt eine ganze Meute und ich hab grad einen vom Himmel geholt weil mir langweilig war ich setz mal meinen Holograph ein ah geil au achso jetzt boah das ist verwirrend Sven das ist verwirrend dass da zwei sind dann? ja siehst du mich denn wenn ich unsichtbar bin? ja ich seh wo du bist zwei durchsichtig aber cool halt die Fresse hast du schon gedrückt? ah Besuch wow das war reaktionsschnell das macht die verdammte Tür auf du hast nicht geschossen als ich es sagte und es war gut so los schieß mit der Kanone auf das Tor noch mal ein Test ich bin stolz auf dich und so ein nerviger Mensch schieß endlich auf das herrliche Tor oder Roboter macht der scheiß Tor auf ach schieß du auf das Tor ja mhm ich bin auch intelligent äh gehst du mal von der Tür weg? nee na dann nicht aha ich hänge so jetzt können durch wow ok nee doch nicht ach die können nix denkt man das deine Fähigkeiten jetzt ne ich weiß auch nicht mehr welche F ach du ficken wobei ach ich kann nicht nach hinten das ist natürlich doof ich bin wieder tot was los mit dir nee 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 ich leb noch ja na dann sieht nur so aus als ob ich tot bin perfekt also was machst du jetzt wenn du wenn du deine Attacke rausholst? ich hab zwei Waffen sexy sexy damit lässt sich doch arbeiten diesen au da da hab ich mir auch gerade gedacht lol ich bin dort ja jetzt guck mal dass wir irgendwas noch treffen ah da hinten ist was hab ihn kannst du mich auch wieder beleben ja aber dafür müsste ich erstmal zu mir kommen genau wo auch immer du bist ja mhm ich robbe gerade ja ich bin da hab ich gesehen ich nicht mehr ich hab keine Munition mehr verdammte Kacke das mit dem sehen wo was ist ne das fällt mir grad so ein bisschen schwer ja du stirb das kann ich dir mitteilen nein jetzt nicht mehr boah wo sind denn die Viecher mit den Granatwerbern die sind ja gemein zu mir fertig ist doch alles gut aber die schießen die ganze Zeit auf den Löwen hier hinten ist noch einer waaah in der Kanone oder was in der Kanone sitzt einer ach so jetzt nicht mehr ich würd schon sagen das sind so riesen Viecher komm wir ah warte warum machen wir es nicht genauso ja mach du mal verdammt ich kann die Kanone nicht benutzen dachte ich mir nämlich ich hätte nicht aussteigen dürfen vorhin nächstes Level wir haben einen Skillpoint ja ja aber wir haben ja noch ein paar Gegner oh 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 boah das war knapp das war extrem knapp aber wegen dem Level Up haben wir wieder volles Leben sehr gut das rettet einem manchmal echt den Arsch ach wie kann ich denn die Kanone würde mich wundern wenn ich ehrlich bin ach fuck ne ich komm noch gar nicht hoch was ihr seht ist nur Täusch das hört sich grad ein bisschen an wie so ein Remix was ihr seht ist nur Täuschung hole Clap Trap ein warte ich lebe grad meinen Skillpunkt aus ja ich auch aber vor allem hast du jetzt verschiedene Talentbäume musst du mal drauf achten mhm und ne ist das ok wow hat Chance dass deine deine Schüsse keine Munition kosten ist voll gut ich glaube ich geh auf Hinterhalt oh hätte ich mal lieber die maximale Gesundheit genommen egal die Skillbäume sind alle cool weißt du ja ach hier ist alles voller Geld ja so vielleicht schaffen wir das noch bis zum nächsten Speicherpunkt das wäre nämlich gut weil wir haben noch 3 Minuten wenn du nachher ne Schro- äh ne Sniper findest gib mir die dann ja weil ich skill die jetzt ok ja so Speicherpunkt gibt es doch gleich bestimmt hier irgendwo oh du hast entdeckt wenn man irgendwas entdeckt gibt es auch irgendwo Speicherpunkte im Hauptfrost auf Kapten Flints Chef eine Meuterei anzuzetteln was erklärt warum solle Männer mich im Moment verpügeln Stimmts Leute? Gegners in der Luft da hier Speicherpunkt siehste hat gespeichert jetzt ja wunderbar dann können wir ja hier einen Cut machen richtig ja gut dann vielen Dank fürs zugucken dann machen wir mal so ein damit wir den Part jetzt nicht so kurz machen hier obwohl das auch egal na wir sehen uns dann einfach im nächsten Part ist dieser Part halt zwei Minuten kürzer mein Gott also dann als ob wir jetzt hier lange reden damit wir den Part in die Länge ziehen also würde ich nicht ich schieße auch gar nicht noch auf Gegner das ist also ne ich auch nicht oi ein bisschen in der Luft rum Mensch naja gut wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part bis dahin sagen wir einfach mal Tschüss Tschüss das ist und Vielen Dank.